Den Karneval mit Biss des SC Schoningen 04 eröffnete das im letzten Jahr gecastete Präsidententrio. Prinzenpaar Dieter und Elke Weber widmeten das gleich um, altersentsprechend zum Karneval mit Gebiss. Nach dem Tanz der Prinzengarde begann ein bunter Reigen mit Sketchen, zum Beispiel mit Bauer Hein, Matta, Lisbeth und so einem Typen, den Rettungsringen aus dem gefährdeten Uslarer Badeland, sowie dem Eichelkreis, die eine Pressekonferenz spielten. Auch der Garde-Nachwuchs 2011, frisch geschlüpft, hatte einen Auftritt. Den Tanzreigen eröffneten die jungen Gaststars B.W.H. vom SC Volpreehausen und dann tanzte Explosion vom SC 04. Al Dente sang Stimmungslieder für alle und White Vision zeigte Illusionen bei Schwarzlicht. Partytänze wie We No Speak Americano brachte die Gruppe pure Action, bevor die Donnerstagsmänner als Piloten langsam Richtung Finale abhoben. Der Spaßtanz der Don Promilos heizte dem Publikum noch mal so richtig ein, bevor alle Beteiligten mit ihrem begeisterten Publikum ein großes Finale feiern konnten. Applaus